Dies ist eine Testaufnahme mit unserer neuen Drohne, als Mutter und Vater bei uns zu Besuch waren. Ich versuchte, mit der Gestensteuerung die Drohne zu starten, allerdings ohne vorher die Software aktualisiert, kalibriert und justiert zu haben, mit dem Erfolg, den wir gleich sehen werden. Als die Drohne in der Luft war, war alles gut und schön, aber ich versuchte, die Drohne wieder mit meiner Hand nach oben zu bekommen und habe dadurch zufälligerweise, weil ich noch nicht alles wusste, was man mit der Gestensteuerung erreichen kann, die Raketensteuerung aktiviert und somit ging die Drohne nach oben. Viel Spaß. 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 Viel Spaß.